Jutschi Leute! Willkommen zurück zu meinem letzten Bait! Sieh dich auf Zelt, der Windbreaker. Ich bin Bait Sadie. Und falls ihr euch fragt, warum wir mitten auf dem Meer sind, obwohl wir gerade eben vor dem Pop noch nie euer Geldbeutel abgedüstet sind, ist ich da ran. Dass ich erstmal, bevor ich den letzten Demon da zu seinen Platz bringe, er mal einfach die Karte vollsteunigen wollte. Und ja, und hier erstmal mich dumm und dämig gesucht habe. Oh, das ist der Riff. Das ist das Meer. Schöne Farbe. Blau wie das Meer. Das ist so ein Profilquaterial. Oh, noch wirklich wunderschönes Blau. Blau wie das Meer. Weiß ist das Meer. Entschuldigt Leute. Das war Konya. Und, ja, ich weiß nicht, lass mich das ablenken. Also, zurück zur Sache. Also, ich wollte eigentlich, bevor ich die Mesukawa vorsetze, die Karte vervollständigen. Ja, die Karte vervollständigen. Und habe erstmal, liebe Klopp, nach der Insel gesucht, die eigentlich da sein sollte. Nun, ist nicht da die Insel. Das hinten ist ein Riff. Ich weiß nicht, welche der Augenriffe das jetzt ist. Auf jeden Fall ist das ein Riff. Und, ja, und, tja, nun weiß ich auch wieder, warum ich die Insel nicht verbrücken kann. Weil, die Insel existiert nicht. Letztendlich existiert noch nicht. Ja, das heißt also, ich habe die ganze Zeit für dumme Nüsse hier alles abgesucht. Das passiert mir immer wieder. Jedes Mal, wenn ich die Lysch of Zelda The Windbreaker spiele und immer an der Stelle bin, dann denke ich auch, ja, suchen wir mal erstmal die Seekarte auf Vordermann. Und dann machen wir die Mission weiter. Anstelle zu denken, ach ja, da war ja was, ist ja noch nicht da und so. Und, ja, super. Einfach super duper, wie ich immer das wieder vergesse. Und, ich schätze mal, da wird wohl kein Gamer oder Lesplayer geben, der wirklich die Insel vor der, sag ich, Einsetzung des Demands da finden kann. Ihr werdet auch sehen, warum. Ihr könnt es euch auch nur denken. Und wenn das eben die Möglichkeit gibt, dann weiß ich sie nicht. Weil, um die Seekarte zu vervollständigen, muss man ein Neptuno auffinden. Aber ein Neptuno ist genau wie ein Terryhändler in der Nähe von einer Insel anzutreffen. Ja. Nur, wenn da keine Insel ist, dann auch kein Neptuno. Und dieser Neptuno, der da rum sprengt, ist schon auf der Karte. Also, der hat uns schon die Karte vervollständigt. Naja, go. Nicht darauf reinfallen. Obwohl ich zuerst mal... Ja, ich würde wahrscheinlich darauf reinfallen, wenn ich nicht die Angewohnheit hätte, immer auf die Karte zu schauen. Und festgestellt nach, den habe ich ja schon gefragt. Naja. Was soll's... Kann mal passieren, dass man irgendwie mit demselben Fehler macht, bei einem Spiel. Weil man einfach drin ein ist. Vervollstände in die Seekarte. Und dann mach weiter, damit du, wenn du nicht später Probleme hast. Und das ist nun mal halt Dominante 1. Ach, übrigens, die Seekarte ist noch nicht da. Also, die Seekarte kann das nicht vollständig, weil die Insel nicht da ist. Und da... Mein Hinweis, dass es so Islabomber gibt. Und ich frag mich, wer bringt eigentlich immer die Schilder hin an? Ist das irgendwie so ein armer, einsamer Schildermacher, der hier von Insel zu Insel reist und immer die Schilder anbringt und dann auch vielleicht nur wieder vorbeikommen und sie erneuern? Naja, manche haben noch keine Hobbys. Oder machen sich merkwürdige Hobbys. Aber in jeden Fall ist es ein sinnvolles Hobby. Als... Oh. Umherirne, der du einen Weg weist zu den Göttinnen suchst. Bringe den Demon zu mir. Okay. Hier. Du hast ein hohes Leben in die Hände der Steinkötze gelegt. Und sie hat dieselbe Frise wie Tetra übrigens. Oh. 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 Also die Figur gerade eben, die blaue, Narius sah aus wie Zelda aus einer der Zelte. Aber, seh mal an, das Drei-Fuels. Tja, Leute, und jetzt seht ihr den Grund, warum er die Seekade an diesen Orten nicht vervollständigen kann. Weil die Insel ist noch nicht da. Oder genauer sagt, der Turm ist nicht da. Neu, Link. Autsch. Sag mal, Link, wär das langsam zum Hobby von dir, dass du umgegen klatscht? Die Wände und so? Ja. Ne, dass der Rote Leukölln uns einsammelt. Ja, das Ziel unserer Reise. Und das erste Ziel unserer Reise, genauer gesagt. Ja? 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 Warum ist das nicht so spannend? Komm schon, Roter Leukölln-König, die Pause ein bisschen zu lang für irgendeine Spannung aufzubauen. Jetzt wird's nämlich langweilig. Ach, er muss es jetzt. Von der Kraft des Allbösen auszuschmerzen zu können, besillt zu können. Die Kraft, der du dich würdig erweisen und habhaft machen musst, ist nur noch einen Schritt entfernt. Glaube an deinen Mut, der dich schon so viele Abenteuer hat überstehen lassen. Und sei auch in den Prüfungen der Götter erfolgreich. Äh, ja, ein Schritt. Also ich würd sagen, das ist eine gute Seemeile entfernt. Bevor ich mal reingehe, würd ich erstmal noch die Netto aufsuchen und die Karte vervollständigen. Bevor ich's nämlich dann wieder vergessen könnte und dann scheiße schreie, weil, äh, ja, da hab ich was vergessen. Und dann wieder, yay, Deck-Tracking übers Meer. Super. Also, äh, wo ist denn da drin? So, und wie durch ein Wunder ist plötzlich ein Terryhändler dort. So, Futter für die Fische. Nicht Futter für die Fische, sondern Futter für den Netto. Wo bist du? Komm schon, ich will weitermachen. Ich hab dich den ganzen Tag, äh, die ganze Nacht, es ist ja dunkel. Hallo. Futter für die Fisch. Entschuldigung. Manchmal bin ich echt ziemlich, äh, ja, ihr bist schon verrückt. So, komm her. Einmal wieder Syncro vorbereiten. Hää? Na? Okay, ja, die Sehkarte. Und stimmt das übrigens, dass du wirklich die ganze Zeit viel Glück gesucht hast, obwohl die jetzt noch nicht da ist? Ja, hab ich. Turm der Götter. Eine alte Fischhaut kannst du trauen und dir sagen, dass dich dein Schicksal noch so manches Mal hierher führen wird. Und der Schlüssel zu deinem Schicksal ist zweifellos das Vermächtnis dieses alten Piratenkapitän Dreifuß, oder wie der heißt. Überdies soll ein Kerl namens Tingle best Bescheid wissen. Das hat mir zuhört sich eine Zolle gezwitschert. Oh, die twittern also auch. Gar schon damals Twitter? Ich kenn mich damit nicht so aus. Nein, glaubt mir, auf meine Quellen und Qualm des Verlass. Also merkt ihr meine Worte wie über gut, Jungchen. Das wär's soweit von mir. Und nochmal. Du hast wirklich die ganze Zeit hier alles abgesucht, jetzt zu dich denken, bis das noch nicht da ist. Hör auf, darauf rumzuhacken. So, wir wollen mal da reingehen. Und ja, unser nächster A, teuer, der dann hier beginnt. Turm der Götter. Was übrigens aussieht, wie die Mischung zwischen Atlantis und der Turm von Babel. Nur, dass die Götter da den Menschen wohl gesonnener sind. Und wenn ich da gerade nicht durchkomme, ich weiß nicht, unser Laberant oder der Rote Leumkönig, sollte man eine Diät machen. Wie ein Schiff Diät machen kann, keine Ahnung. Oh Mann. Oh. Auf dem Kloch schon wieder eingesammelt. Tja, Leute. Da wollen wir mal reingehen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Und es heißt, den Turm der Götter zu besteigen, Leute. Tja. Sia matane. Tschüss. Tschüss. Tschüss.